Ich habe gesagt, schüttel mal. Aber du hast gesagt, schüttel mal. Aber du hast gesagt, schüttel, schüttel, schüttel. Hallo, wir machen heute Glitzerkugeln von Blitzyglobs. Zeigst du mir, Valencia? Wir haben hier ein Armband, ein Ring und einen Anhänger mit kleinen niedlichen Tieren. Und wir werden das mit Wasser und Glitzer befüllen. Und dann schauen wir, wie das aussehen wird. Ich mag aufmachen. Wo geht das auf? Oben, glaube ich, geht das auf. Machst du auf? Ja, oben. Da gibt es noch ein Pferd. Pferd gibt es auch. Ja. Und hier haben wir die kleinen Tierchen. Eine Kuh, ein Pferd, ein Hund und das ist ein Küken. Das ist ein Fläschchen zum Wasser befüllen. Wieso? Ja, so tust du dann Wasser rein. Und dann aufwachen. Genau, richtig. Da tun wir jetzt Wasser rein. Was haben wir da? Ein Hund. Hund. Ein Hund, eine Kuh. Nein, eine Kuh. Ja, eine Kuh. Was hast du noch für ein Tier? Eine Orel. Eine Orel ist es? Ja. Viele Orel. Dann habe ich noch Orel und ein Pferd. Orel und ein Pferd, genau. Oh, sind die niedlich. Hier haben wir kleine, verschiedene bunten Steinchen, die wir dann ins Glitzerkugeln reinlegen. Wir machen jetzt vier Glitzerkugeln. Und das sind ein Armand, Anhänger, Ring und eine Blume. Eine Blume, richtig. So, und dann haben wir hier Glitzer-Tabletten. Ja. Schneckertabletten. Genau, da machen wir unsere Glitzerkugeln. Ja. Und jetzt, Valinze, legst du die Glaskugel hier rein. Such dir eins aus. Genau, legst du da rein. Jetzt nimmst du Verschluss, such dir eins aus. Gelbe. Gelbe. Legst du hier drauf. So. Drückst du fest drauf. Genau. Gut. Und jetzt suchst du dir ein Tier aus. Eine Eule. Eine Eule. Jetzt musst du die Eule hier draufstecken. Gut. So. Jetzt liegt die Eule. Fällt dir ein. Und jetzt... Fällt dir ein. Fällt dir ein. Genau. Und jetzt... Fällt dir ein. Jetzt nimmst du drei Steinchen und legst es in Glaskugeln rein. Ich mach gelbe. Machst du nur die gelbe? Ja. Okay. Mit defter Farbe. Okay. Mit gelbem Verschluss wirst du nur die gelben Steinchen haben. Ja. Legst du da rein. Genau. Hast du drei Stück? Ne. Du hast nur zwei genommen. Willst du noch eins nehmen? Vielleicht ein Orange oder? Orange. Jetzt musst du eine Glitzertablette nehmen. Ich. Ich. Hier. Nimmst du eine Glitzertablette. Und legst es genauso rein. Und jetzt musst du das mit Wasser befüllen. Machst du Deckel auf? Nein. Machst du schön voll. Noch ein bisschen. Voll. Voll. Sehr gut. Und jetzt machst du den Deckel zu. Ja. Ganz vorsichtig. Zumachen. Oh. Nur zu. Und jetzt pressen. Drück drauf. Noch ein bisschen. So. So. Genau. So. Und jetzt machst du mal den Deckel auf. Und? Ich habe gesagt. Dein erster Glitzertablette. Und damit die Glitzertablette aufgeben musst du schütteln. Schütteln, 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 schütteln. Jetzt warte mal. Schau mal. Und? Glänzt. Und wo willst du deine Glitzertablette reinstecken? Ähm. Wo kommt deine erste Glitzertablette? Auf einen Ring. Gut. Machst du das, Holinze. Hast du es fertig? Zeig mal. Und so sieht unsere erste Glitzertablette auf einem Ring. Mit? Ich mag anziehen. Du magst anziehen. Mit einer Eule drin. Schau, wie schön das glänzt. Und Steinchen schwimmen da drin. Gefällt dir das, Valinze? So, jetzt hast du einen hübschen Ring. Einen Glitzerring. Jetzt? Und jetzt machst du den nächsten. Okay, nimmst du zuerst eine Kugel, eine Glaskugel. Genau. Und jetzt nimmst du Verschluss. Genau. Da drauf. Drück mal ein bisschen drauf. Gut. Und jetzt nimmst du kleine Steinchen. Suchst du die kleine Steinchen raus? Ja. Ah, du machst zuerst hier drauf. Okay. Eine Kuh machst du. Brauchst du Hilfe? Eine süße Kuh hast du. Jetzt. Jetzt ist Kuh drauf auf den Verschluss. Und jetzt kommen die kleinen Steinchen. Jetzt kannst du die Steinchen aussuchen. Grün und orange. Grün und orange. Und welche noch? Eine blaue. Was ist das für eine Form? Eine Schmetterling. Süße kleine Schmetterling. Süße kleine Schmetterling. Und jetzt nimmst du noch eine Glitzer Tablette. Wo? Da. Und legst sie auch rein. Und jetzt zum Schluss kommt das Wasser rein. Deckel auf. Wasser rein. Jetzt darfst du es voll machen. Gut. Und jetzt darfst du wieder zu machen. Ganz langsam. Ganz langsam. Vorsichtig zu machen. Und jetzt fest drauf drücken. Und ich glaube es ist fertig. Machst du Deckel auf. Machen wir vorsichtig auf, ja. Und hast es gemacht, Valencia. Dann schütteln. Dann schütteln. Shake it, shake it, schüttel, schüttel mal. Aber nicht mit Kopfschütteln, mit der Hand. Und jetzt guck mal, Tablette aufgelöst. Ja. Zeig mal, das löst sich von alleine auf. In die Blumen. Nein. Nein? Wohin dann? Wo kommt die Kuh rein? Auf einen Anhänger. Ja, zeig mal, Valencia. Und das ist unser nächster Glitzerkugel. Mit einem Kuh. Wie schön glänzt. Kannst du mir einschieben? Und das kommt auf deinem Hals drauf. Natürlich. So, jetzt darfst du schön anhängen. Die Schnur ist ein bisschen zu lang. Das sieht man gar nicht. Legst du mal auf den Tisch. Legst du mal auf den Tisch. Genau. So sieht man ganz gut. So, jetzt kommt die nächste Glitzerkugel. Was kommt zuerst? Glaskugel oder auf den Verschluss? Ja. Glaskugel. Jetzt suchst du dir ein Tier raus. Was? Was hast du noch? Ein Hund. Ein süßer Hund. Kannst du mir helfen? Ja, ich helfe dir natürlich. So. Ja, habe ich auch. So, und jetzt kommen die kleinen Steinchen. Nein! Darfst du drei kleine Steinchen reinlegen? Magst du? Magst du eine Lilia? Eine Lilia? Eine Rose, Rose. Lieber Rosen. Ja, aber so wie die mag ich. So wie der Verschluss. Ja, und jetzt ist der Lila. Und jetzt ist die Glitzerkugel. Genau. Jetzt eine Glitzerkugel. Glitzerkugel. Und zum Schluss kommt Palser rein. Darf ich? Ja, du darfst. Jetzt machst du wieder schön voll. Gut. Ist voll. Und jetzt machst du den Deckel zu. Cool? Genau. Cool. Machst du. Ui, und jetzt fest drauf drücken. Machst du jetzt auf. Und jetzt hast du den dritten Glitzerkugel. Jetzt musst du wieder schicken. Schicken. Schicken, schicken, schicken. Aber nicht schicken. Ich habe gesagt, schicken. Schicken, habe ich gesagt. Schicken, schicken, schicken. Schicken, schicken, schicken. Aber du hast gesagt, schicken, keine schicken. Nein, nein, nein. Wir machen schicken. Schicken, schicken, schicken. Schicken, schicken. Schicken, schicken. Schicken, schicken. Klämst du schon? Ja. Ah, ja, wie süß. Auch wie süß. Und wo machst du deine Glitzerkugel rein? Auch in eine Blume. Oh, da gibt es noch einen Marienkäfer. Ja, da sitzt ein Marienkäfer auf einer Blume. Genau. Das habe ich gar nicht gesehen. Und noch eine. Und noch eine. Und das ist unsere nächste Glitzerkugel. In einer Blume. Ein kleiner Hund in einer Blume. Ja. Und das glänzt ganz schön. Okay. Ich finde die ganz niedlich, ganz süße Glitzerkugel. Und jetzt kommt der? Nächste. Nächste. Ich mag zwei Blätke. Zwei Blätke. Wir haben noch zwei Glitzerkugel. Ich mag zwei Glitzerkugel. Und du willst alle beide reintun. Okay. Kannst du reinlegen. Dann glänzt es viel stärker. Okay. Nein. Ich kann nicht. Probier mal. Doch. Du kannst. Und jetzt? Jetzt machst du den Deckel zu. Gut. Und jetzt fest drauf drücken. und dann. Guck mal. Deine. Glitzer. Kugel. Fert fert. Mich. Schüttel. Fert fert. Das glänzt ist schwer. Ich seh schon. Dann kommt es auf ein Armband. Und das ist unsere Glitzerkugel auf einem Armband. Hier haben wir eine kleine Blöden. Pferd mit Steinchen und zwei Glitzertabletten drin. Das wird ja ganz gut glänzen. Ja, ganz gut glänzen. Ja, ganz stark. Reitet dein Pferd zu dir. War das einfach Glitzerkugeln zu machen? Hat das dir Spaß gemacht? Ja, und dann geht es so schnell. Genau. Das war kinderleicht Glitzerkugeln zu machen. Hast du alles selbst gemacht, ja? Sehr gut, Valencia. Tschüss, ich möchte mal.